So die Leute, willkommen zur Bonus-Mission, dem Zeitfahren mit Donkey Kong unter Wasser. Können wir den Affen endlich hier saufen lassen? Nein, doch wies. So, gucken wir mal hier. Dann wird die Abkürzung weg. So, das war schlecht Donkey Kong, das müssen wir ganz normal machen, jetzt müssen wir das Wristplay nochmal machen. Ja, hier muss man aufpassen, dass man nicht das Item verwendet, deswegen machen wir auch die Sicherheits-Methode. Donkey Kong! Ja, war ganz so gut umgekommen, sonst haben wir hier noch... Donkey Kong! So, guck mal hier, mal gucken, was schneller ist. Ich oder der Aal. So, nehmen wir uns auch für die Stinke wie ein Aal. So, komm schon, mach inne! Donkey Kong! So, gucken wir mal. 1,26 und 83 Sekunden. So, mal gucken. Hat geschafft. Jawoll, wir haben einen neuen Rekord vollbracht. Sehr schön, unser Donkey Kong. Und dann ist es hier. So, wir haben noch alles, was wir hier und sehen uns schon mal. So, wir sind noch bei mir. So, wie viele Töten! Das ist hier in Los Angeles. Das war's für heute. So. So, wir haben noch ja wieder. Und dann, wo der Rekt ist sicher.